Und jetzt sind wir bei jemand ganz besonderen, beim Gockel. Und zwar ist das für mich der Golfpapst, der Turbopapst Deutschlands. Na mein Lieber? Was ist los? Hast du es mal her geschafft? Das wird ja schon ein Stein. Ja, das ist noch der alte Auspuff von damals. Ich will den aber nicht mehr auf der Meile fahren, weißt du? Ich kann den ja mal anschmeißen. Ja, mach mal an, komm. Das müssen wir doch mal hören, das Ding. Klingt doch seriös. Der hatte ja vollsequentielles Getriebe drin, mit Paddle Shift, das Ding hat er alles. Ich hab ja das Ding mit über 1000 Pays gefahren. Aber ich mach den jetzt für die Straße, also haben wir ein ganz normales Schaltgetriebe wieder eingebaut, weißt du? Und das hält wie viel Pays? 800 oder was? Ich bin ruhiger geworden, weißt du, für die Straße. Ich genieße das mehr so ein bisschen einfach. 700 Pays sind gleich so, ich bin ruhiger geworden. Alter, Kals!